Hier ist Timo Hampel, herzlich willkommen. Ich schreibe gerade Geschichte, mein YouTube-Kanal. Ich habe so viele Filme, die ich gedreht habe in YouTube. Da kann man auch sagen, eine Geschichte schreibe. Ich habe so viele in der Rechten Behinderung und meine Hobbys. In jedem Fall habe ich mehr gezeigt, wie ich schon alles gemacht habe. Oblaublich, ich mehr geleistet habe. Fußball-Ski-Richter geworden bin und andere Sachen gemacht habe, mein YouTube-Kanal. Ich habe zu viele und das schreibe ich zu viele Sachen hier in YouTube, hier in Faktenstellen kann, auch meine Meinung sind. Ich finde mich selber einen mutigen Kerben. Und trotzdem auch eher der Regel. Und trotzdem sehe ich auch durch, in öffentlichen Zeiten auch meine Städte sind. In jedem Fall ist es öffentlich auch mein Interesse ist. Und das zeige ich auch, die anderen auch sowas machen kann. In jedem Fall bin ich der Typ eigentlich, ich kann wieder stützen und ihre Meinung im Sport andeck, in der Schule andeck. In jedem Fall habe ich Wörtergeschichten geschrieben. Vielleicht schreibe ich ein Buch darüber, mein Jubilop-Kanal. Vielleicht meine Schule, die ich in der Schule gewesen war. Auch meine Arbeit. Auch ein Sport andeck. In jedem Fall schreibe ich ein Buch. Über mich. Wenn ich so viel gemacht habe. Ich bin stolz auf mich. Meine Leistung, auch meine Familie hat mir auch geholfen hat. In jedem Vorteil ist, ich habe mein Bestes zu geben. Das ist eine Hauptsache eigentlich ist. Ich habe wirklich allzudem meine Leistung, meine Praktikum überall gemacht habe. Trotzdem habe ich mehr Respekt. Zeige und mehr Erfahrungen in öffentlichen Zeiten. Ich habe selber Jubilop-Kanal, Incentralen, Wetter und 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 Facebook dazu. Das spielt mir keine Rolle. Ich will nur zeigen, ich fühle, ich bin, auch andere Rechte zu haben, in Behinderung zu leben. Ich muss nicht immer so in der Lage ihm beleidigen sollten. Das ist klar, wie wir auch zu sagen haben. In jedem Fall soll ich das auch verstehen sollten, um in jeder auch Recht zu haben. Das war es eigentlich meiner Seite von Timo Hampel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!